hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen episode bei world of warcraft battle for azeroth der nachgeborene krieger so ging der text so wird auch immer gehen und beziehungsweise lange battle for azeroth noch verfügbar ist alter hast du jetzt nicht da gefressen du fisch gerade draufgeklickt so hier ja anstrengend ist nicht so einfach mit dem ganzen gerede wörter und so war der brauchte schon jeden fall nicht taube und tauben brauchen wir auch nicht glaube ich weiß gar nicht kennt ihr tauben so persönlich kann jetzt so am besten freunden ich weiß es nicht nur kann ja sein wenn man wieder niemanden diskriminieren der irgendwie tauben als freunde hat oder so drei weise tauben auf unserem dach die machen viel krach und so also da kann schon ordentlich was passieren mit tauben wie wir alle wissen das waren schon vier davon das ging fix ja mit unseren guten krieger naja hat schon einiges erlebt mittlerweile und ist auf dem weg auf dem weg nach vertania city pokémon auch ewig nicht mehr gesehen weiß nicht ob ich das noch sehen will weiß es echt nicht hat sie ja so viel verändert mittlerweile und ist so viel gleich geblieben als irgendwie ich verstehe nicht wie man es schafft so viel veränderung reinzubringen und trotzdem so viel gleich zu halten in diesem spiel beziehungsweise auch in diesem anime da hat sich ja seit jahren auch nichts getan außer dass vielleicht mal ein synchron sprecher irgendwie abgesprungen ist oder so man weiß es nicht man weiß es nicht und vielleicht sind ja auch netflix na auf netflix momentan auch love death robots sehr sehr gut ich weiß nicht ob ich schon mal erwähnt habe kann sein auf schütte auf jeden fall guckt euch an das ist großartig es ist einfach großartig ist es mega what the fuck es ist halt wirklich black mirror auf drogen auf den nicht guten drogen auf dem heftigen trip mann also love death plus robot sehr gut kann ich nur empfehlen wie gesagt es ist einfach black mirror auf einem schlechten drogen trip habt ihr eigentlich auch dieses gefühl ist der winter ist jetzt vorbei der frühling kommt und diese bastarde von pollen sind auch wieder mit dabei jedes mal ich gehe raus ich kann eigentlich direkt wenn ich heimkomme kann nämlich direkt ausziehen ja duschen gehen meine kleidung quasi halb verbrennen ja aus sanitären gründen und ja und dann kann ich mich halt komplett neu einkleiden das ist wirklich wirklich nervt würdend ich hasse diese jahreszeit ich liebe wirklich den winter da habe ich sowas überhaupt nicht kann ich rausgehen es ist zwar scheiße kalt draußen aber dann ziehst du dir halt noch mal ein bisschen mehr an verdammt so man guck dir mal sommer an ja ist heiß draußen klar man die frauen in wenig an und irgendwie habe ich gerade im sommer ich mag den sommer also wenn man kann sich im sommer halt irgendwann nichts mehr ausziehen ja das ist so ein bisschen das problem man kann nur irgendwann ja im winter kann man sich immer mehr anziehen aber man kann sich halt im sommer einfach nicht mehr ausziehen wenn man komplett nackt ist und das ist immer auch scheiße heißt dann ändert sich da auch nichts waren so ist es halt leider mit jahreszeiten und so in die königinnen feder nur dann machen wir königinnen feder oder die olle und flussknospe ja flussknospe besuche ich ja und akundas akundas ding habe ich auch nicht mehr so viel akundas auch mal farmen gehen bei gelegen hat lohnt sich aber momentan noch nicht so ganz ich sehe nicht eigentlich die quest dass man jetzt habe ich das kämpfe und du kämpfst 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 wie ein dino und du dienst 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 wie ein kino was reibst du noch dino hast irgendwie nichts mehr ja ich habe mich ich habe mich in ecke gereimt ich gebe es zu bin ja keine rapper man ist halt so mag rap auch nicht das ist nicht meine musik ich finde es auch mal schwieriges als als musik zu bezeichnen das ist sprechgesang fucking sprechgesang wer braucht das schon in wille target sagt er fuck you fuck you dann töten wir königinnen feder halt einfach so die königinnen feder wir haben auch einen scheiß namen oder aber wenn ich euch einen namen geben können wer das königinnen feder das ist doch scheiße ist doch dumm ist doch kacke niemand will das außer vielleicht königinnen feder die könnte das wirklich wollen vielleicht heißt sie deshalb so wird sie auch nur so genannt weil sie echt coole federn hat so einen coolen kopfschmuck ne so poka hunters mäßig ich habe einen coolen kopfschmuck ich möchte jetzt gerne königinnen feder genannt werden weil diese feder auf meinem kopf die ist königlich so so kleiner dann greif an los attacke blub strahl oder bis oder club strahl bis oder so was macht man denn mit pokémon machen die sowas blub strahl bis kann man das kommen oder so ein pokémon game wo man einfach angriffe kombinieren kann ja die so so nicht nicht feuer wassermäßig so keine ahnung feuer feuer blub strahl oder so ne sowas nicht aber als irgendwas in der richtung von wegen keine ahnung feuer bis gibt es ja zum beispiel oder feuer schlag gibt es auch da könnte man doch irgendwas mit machen oder könnte man irgendwie kombinieren lassen so von wegen weiß nicht mit normalen attacken zum beispiel feuer tackle schon mittlerweile auch oder blub tackle oder wasser strahl blub tackle blubber strahl tackle sowas in der richtung oder 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 hyper hyper feuer strahl ne sowas sowas wird auch geil über feuer strahl tackle so wir werden das denn hätte was ja nintendo stellt mich ein man ich kann das ich bin gut darin fähigkeiten mir aus dem arsch ziehen das könnte aber glauben fähigkeiten aus meinem eigenen 18 kann ich als kind schon gut ich habe meinen digimon gemalt und das digimon konnte alles auf einmal er ist einfach jeder tag auf eingesetzt und da konnte man ganz drin da konnte man nicht gegen gewinnen so und wenn du jetzt zugrunde ich habe die wette gewonnen verdammt so im rahmen zu hören ach ja das war noch zeit noch klein war das war noch zweiten ich traue dem ganzen noch ein bisschen nach muss ich sagen damals nur als man die man noch das gute die man im fernsehen gucken konnte die man adventures ich vermisse es wirklich das ist wirklich einfach nostalgie gerade allerdings war die serie einfach gut die man war so viel besser als pokémon als serie keine ahnung wie die spiele waren ich habe nie ein digimon spiel gespielt bis jetzt nur pokémon spiele gespielt aber ich weiß dass die serie besser war auch adventure 2 war noch ganz gut bei adventure adventure tree ist ja jetzt quasi denn das aktuelle das habe ich noch nicht ganz gesehen dann aber auch ganz geil und dann gibt es gab es ja noch themas themas muss ich sagen habe ich damals nicht gemacht so gar nicht aber so im nachhinein aber ich fand es einfach geil einfach nur das konzept so depressionen und so tote die die morgen wo halt auch mal ein partner stirbt ein digimon partner und sowas halt wirklich kranke scheiße wo man sich denkt wie haben die sich das getraut also schon gut und dann kam irgendwie demon data squad das habe ich gar nicht mehr gesehen ne ne dann kann man einfach dieses fighting frontier frontier kam noch da habe ich auch nur sporadisch immer reingeguckt leider dann würde ich vielleicht bei gelegenen auch noch mal fertig gucken muss ich sagen ich bin wie gesagt großer fan von digimon gerade die ersten drei staffeln haben für mega angetan und data squad habe ich dann mal gesehen dass es irgendwie im fernsehen lief oder so und da war dann halt einfach kein fan von muss ich sagen ja ein zwei folgen von gesehen haben sie agamon wiedergebracht also als die man partner und dann war gab es irgendwie markus oder so der war irgendwie der der digimon polizei einsatz typ oder so also wirklich ganz ganz merkwürdig für meine verhältnisse also für meinen geschmack zumindest fand es nicht so gut aber das war halt auch nur weil ich so ein zwei folgen vielleicht nicht da hat reingestiegen wäre und nicht mit mit diesem dieser verdeutschung von markus und so umgegangen wäre dann wäre es vielleicht eine andere sache gewesen mein gut digimon adventure 1 2 wurde auch nicht eingedeutscht aber eingeenglischt nur mit einigen namen aber trotzdem hatte man immer noch tai tai chi und na gut kari ist auch eingeenglischt aber tk zum beispiel war halt abgekürzt joey haben sie haben sie auch eingedeutscht oder eingeenglischt matt ist eingeenglischt und der war noch easy easy ist auch wieder nur eine abkürzung für izumi glaube ich isa bin mir nicht ganz sicher aber auch eine coole sache wenn man einfach die japanischen namen nimmt und sie abkürzt und damit halt einfach dann coolen neuen namen erzeugt ne das hat was das hat sich digimon beziehungsweise das haben sich die ja einige einige anime nicht mehr wirklich getraut einfach sagen so was zu machen ich weiß auch nicht warum aber sie haben sich nicht getraut generell im deutschen mit mit japanischen namen haben sie dann nicht mehr wirklich hantiert die guten okay ja da habe ich jetzt kein bock mehr drauf da habe ich keinen bock drauf oder doch ja komm sind zwei quests so hier kriegt man doch am ende noch diesen coolen so coole scheiße mit dem t-rex in der einen verfolger oder so irgendwas war da wir kommen auch direkt an teil grupp dran man das lohnt sich nicht wirklich noch doch so halb es würde sich lohnen erst teil grupp zu machen weil dann kommen wir oben raus jetzt wird es wieder effizient hier schön immer ich habe noch brause ich habe mehr brause gemacht als ich brauchte gute vitamin c brause von das sind das alter farmer oder so keine ahnung weiß auch nicht genau was das ist so einmal monolis erz ein erz aus diesem ganzen fetten vorkommen ein erz alter bin ich scheiße im abbauen von der mist so da habe ich das gerade verwechselt kann es sein dass das verwechselt habe habe ich nicht verwechselt alles gut ich habe nichts verwechselt aber ich habe da noch ein vorkommen gesehen platinum die raus die scheiße ein platinerz naja wenigstens ep ne wenigstens ep so einmal ein teil gruppe der wir brauchen ein wenig körper und wir brauchen die urne der stimmen wie gesagt ich kann die sinken schon mal erwähnt glaube ich mehrfach einmal zweimal fünf millionen dran und sieben 20.000 siebenhundert zwölf mal man merkt es nicht gut bin mir irgendwelche zahlen zu überlegen weil die kommen irgendwie häufiger von sieben irgendwie kommt falle ich immer zurück auf sieben ich weiß nicht warum wenn wenn man sagt machen wir sagen eine random zahl die meisten leute machen irgendwie so zwölf ich weiß auch nicht warum wenn irgendjemand sagt mach mal eine random zahl ich komme immer auf zwölf und wenn ich dann irgendwie eine zahl übertreiben soll dann wird sie halt immer mega abstrus mit mega vielen zahlen sie wiederholen aber weiß auch nicht warum keine ahnung manchmal manchmal sind das schon witzige sachen es gab eine dr who folge in der vorletzten staffel dies extrem ist und die war ziemlich geil da ging es darum dass die welt simuliert wird von aliens um rauszukriegen wie sie am besten angreifen können und wissenschaftler finden das raus und bringen sich dann rein weil sie selbst um weil sie halt merken dass es die gar nicht richtig gibt aus depression und so und die sagen dann sag mal eine zahl eine random zahl wenn jetzt mit dem mit der faust auf den tisch haue und das ist eine der der imposantesten szenen in komplett doctor who meiner meinung nach bzw die ich generell auch gesehen habe weil das einfach ein mega mega krasses timing ist von den leuten also der dude haut mit seiner faust auf den tisch und alle sagen dieselbe zahlen zuerst ist das nur mit macht das nur mit zwei leuten und die sagen dann sagt mal ihr leute sagt man dieselbe zahl also sagt mal irgendeine zahl die euch gerade einfällt wenn ihr auf den tisch hauen in dem moment wo meine faust den tisch wenn das geräusch hört sagt ihr bitte eure zahl so und die beiden dann irgendwie keine ahnung 7 zusammen dann 12 zusammen was auch immer und er macht dann immer weiter und diese werden immer unsicherer und dann kommen immer mehr leute dazu und am ende sind irgendwie so ein raum von 20 30 leuten also die alle gleichzeitig dieselbe zahl in den raum brüllen und ja mega mega interessant einfach bis sich herausstellt dann dass alles nur simulation ist weil computer nicht gut mit zufallszahlen umgehen können ja und als informator kann ich sagen das stimmt ja wenn er wenn irgendwie eine zufallszahl ausgerechnet werden soll dann nimmt der computer einfach irgendwie keine ahnung die zeit zeit in millisekunden und da wird dann keine ahnung irgendwie eine stelle genommen oder so und das war es mehr ist es nicht und deshalb können computer auch nicht gut mit echtem zufall umgehen weil es echten zufall im computer nicht gibt es ist einfach eine sache die ist abhängig von irgendeiner zeit dass das finde ich interessant mich mal interessieren ob ob es dann irgendwie eine zeit gibt jetzt wo man wenn man genau irgendwie ein bestimmtes item kriegt müsste ja theoretisch gehen wenn das alles so stimmt was ich euch erzählt habe könnte man nachprüfen aber es ist halt relativ unmöglich irgendwas zur exakt selben zeit zu machen das muss ja in dem fall auf die millisekunde genau sein und das ist glaube ich schon nicht unmöglich aber sehr unwahrscheinlich vor allem gibt es ja dann auch noch andere klassen andere spezialisierungen nur die dann wiederum verschiedene beute tabellen haben fände ich interessant könnte man mal testen wie gesagt das mit dem zufall macht also das schon geil vor allem witzig ist wenn ich glaube c programmiersprache c kauft ein c ist es so dass die zufallszahl je nachdem was für eine funktion man dafür verwendet beim kompilieren festgelegt wird das heißt ich setze ich sage ich möchte gerne zufallszahl haben und dann kompiliert man den ganzen scheiß und dann ist es immer dieselbe zufallszahlen die wird nur einmal einmal wird eine zufallszahl gemacht und ab dann ist es mal dieselbe witzigerweise also würde ich jetzt nicht unbedingt damit machen dann sowas muss man aber auch wissen so beachtet einfach nicht den mann hinter dem vorhang naja zauberer von ost weiß nicht kennt kennt man das noch kennt noch jemand zauberer von ost wahrscheinlich nur so halb also denn den film kennt wahrscheinlich niemand mehr oder in den original film damals mit judy garland warum warte ich eigentlich darauf dass jemand was im chat zu viel live gestimmt die letzten tage naja da ist man ein bisschen wir sind verwöhnt also kennt ihr kennt ihr noch den den zauberer von ost film von judy garland aus dann war der denn ja ein schild ja komm der schild bringt mehr gold zu wenn war zu wenn bald zu wenn bald zu gibt es noch mal krebs einmal krebs mit quest schranke einmal quest schranke bitte das sind irgendwelche vorkehrungen und die beiden sind die die wollen wir nicht töten er ist böse seht ihr wie böse der ist man daran wenn am ende vom film dann der hund kommt der hund und wenn der mit seinen augen nach links und nach rechts guckt dann merkt man einfach dieser hund ist böse dieser hund ist böse ja der führt was im schild plant was und das wissen die zuschauer dann in dem moment wo der hund von links nach rechts guckt mit seinen augen und sein kopf zu bewegen die augen bisschen zusammenkneift da merkt man einfach das wissen mega böse hund den auf dem muss man aufpassen auf den muss man wirklich wirklich aufpassen so einmal drehen und die müssen wir glaube ich auch umboxen bevor sie in diesem kessel springen sonst gibt es aber genau so wie das war eng wer bist du denn natalie natalia die träumarin cool sander an der charme muss ich auch mal spielen charme habe ich ehrlich gesagt nur ich habe nie erne gespielt ich würde mal eben spielen vielleicht muss man ihre charme hochspielen ich habe ja noch einige verbündete völker die noch nicht gelevelt sind und dann einfach mal zum level den speck zu wechseln aber dann hätte ich eigentlich retten sollen den typ verdammt verdammt gut aufgepasst mein freund gut aufgepasst leute sich retten soll einfach mal eiskalt mit der doppel klinge in die miese rote miss schnauze geschlagen einmal euch beide seid gerettet helfen wir bei dem töte dien schamane mach was weil ich nur ein geister wolf man wolfie die wirkt jetzt ihren zauber da ich wirkt man hier so meine alles meine und da haben wir das und hängt noch ein sternen moos an der wand also auch schön so dann können wir da hoch rennen und diese quest noch beenden oder ja also schön da ist auch schön dann machen die quest noch fertig und dann können wir auch die folge für das erste wenn du bist denn diese truhe ah ja springt kommt wo springen können nein nicht nicht dran vorbei gesprungen verdammt ich habe skill ich habe es gilt ich lassen nur meistens nicht raus zack zack und da haben wir einmal truhe zum mitnehmen bitte haben wir die fertig und kein level ab 0,7 prozent alter was ist denn mit diesen 0, irgendwas prozent mittlerweile schrecklich so die kriegen jetzt aber auf jeden fall sack level ab dann gucken wir mal dass wir hier den gong ömmeln dann wollen wir das gift verbessern ja pull du mal alles bitte und natürlich noch die urne hinsetzen und noch die rufe hinsetzen na komm kann ich ihn anschatten ja super wir müssen nämlich einfach nur diese quest jetzt abgeben und dann despawn die alle ha plot twist schön da kommt der gute zu mit zu uns mann bin ich heute wieder gut mega spaßig der ganze schatz so ich sterbe nicht bei deiner hand blablabla komm wer hat angreifbar dann liest du sterben kannst old morn glaube nicht dass er sterben wird also ich zumindest nicht nur wird sterben irgendwann ey ey jetzt ömmelt er auf den gong drauf geht doch weg geht weg ja ich glaube er hat angst glaube er hat angst so was macht er jetzt hier glaube nicht man glaube ich bin stärker und der idiot hat sich selbst vergiftet man hat er nicht mehr zugeguckt als ich den ganzen scheiß präpariert habe er stand doch direkt daneben eigentlichen also nicht direkt aber so irgendwo da oben ich werde jetzt nicht sterben nein doch doch so ich habe glaube ich nicht noch mal zeit und noch eine folge aufzunehmen und da schließen wir die quest jetzt einfach ab und damit ich sage ich sehe euch nach diesem wunderhübschen Sternenmoos Sternmoos in der nächsten episode wieder wenn wir diese viecher hier drücken müssen macht's gut bis dann tschüss ich sehe euch nach dem und dann und Vielen Dank.